willkommen zurück bei rise of the tomb raider weiter geht's ich habe mich jetzt noch mal hier hoch in die ecke teleportiert gebracht wie auch immer um eventuell poster wird sie nicht geben aber irgendwo eine flagge dachte ich wird hier doch noch mal rumstehen ich meine die die verstecken die doch nicht oder wenn man eine flagge aufhängt hoch sollten die doch immer gut sichtbar sein das ist immer so ne also das letzte findest du einfach ums verrecken nicht ich bin auch gerade dabei dass hier erst mal erst mal gut sein zu lassen dass wir erstmal woanders hingehen hier fehlt noch ein bisschen da gibt es auch noch eine herausforderung was treibstoff tanks ah ja verstehe was gehört denn hier alles dazu oh gott das ist ja weitläufig ach warte mal genau hier fehlt auch noch ein dokument das fällt mir jetzt gerade ein müsste mir das nicht mittlerweile auch angezeigt werden scheiße achso ich kann bestimmte sachen ein und ausblenden jetzt weiß ich auch was die punkte sind das sind die ressourcen ja toll blende es auch egal ja ein dokument aber eigentlich sollte es mir angezeigt werden es sei denn ich habe irgendwo noch was essentielles nicht gefunden aber das kann ich mir nicht vorstellen weil wir den rest schon komplett haben hm so in der mongolischen passage haben wir alles hier haben wir auch alles hier gab es nichts also wir können ja mal anfangen nachher steht ja 100 prozent 100 prozent 100 prozent 97 52 86 das da fehlt halt ein überlebensversteck okay sollten wir finden 94 100 sehr gut 100 sehr gut 27 gut da fehlt nicht so viel 67 die verlorene Stadt geht eigentlich ähm ich würde dann erstmal einfach mal weiter zur forschungsbasis da hoch am liebsten ähm ja um einfach erstmal auch wieder was anderes zu sehen und es bringt immer nichts dann ewig rum zu suchen sondern das dann einfach später nochmal zu machen und dann ist es ja oft so dann läufst du irgendwie um die Ecke und alles ist da auf einmal findest du es ohne nochmal lange zu suchen ich kenne das von früher noch das war bei bei GTA 3 so als ich auf auf der Jagd nach den 100 Päckchen war die habe ich alle gefunden ohne Komplettlösung fragt mich wie lange das gedauert hat genauso die Monster Stunts die es da gab auch ja GTA 3 war schon geil äh erstmal Dokumentius da drüben ok jo bisschen Kram können wir ruhig immer mal noch gebrauchen weil wir dann auch hier immer mal ein paar Pfeile oder so benutzen oder herstellen müssen da unten gibt es noch ein Dokument Lara sonst bist du immer ganz schnell dabei irgendein Knicklicht oder so ein Kram anzumachen oh das habe ich echt übersehen na dann Lara ich glaube ich habe deine Spuren gefunden ich wusste dass du lebst es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee um meinen kleinen Vogel auszuschalten in den Wäldern passiert etwas merkwürdiges es ist nicht Trinity jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen ich hatte etwas Essen im Rucksack alte Energieregel aber sie sind fast alle hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen und heute morgen war da ein Geschenk für mich Trockenfleisch und Beeren eingewickelt in ein Hirschfell ich dachte erst ich träume aber hier ist jemand der sich um mich kümmert ich hoffe sie kümmern sich auch um dich es ergibt nur Sinn ich meine kommt ein bisschen zu spät jetzt die Nachricht für uns aber warum warum sollte das jemand machen mit dem Geschenk ich meine die können den auch wecken und wenn sie ihm was Gutes wollen den einfach mit zu sich nehmen oder naja wie auch immer gut das wärs Gott das ist alles so verschachtelt ich weiß gar nicht mehr wie wir da hinkommen äh mir fehlt noch eine Truhe und drei Überlebensverstecke das heißt mir fehlt auch noch was zum was ich finden ich glaube ich teleportiere mich mal zu dem Basislager zur Wetterstation das ist vielleicht sinnvoller ach ne eine kleine Ratte oooohh wie niedlich wie niedlich ich gebe mal den einen Punkt noch raus da haben wir alles gemeistert da fehlen bloß noch vier zack ok irgendwas essentielles fehlt mir noch um den Rest hier noch zu finden aber da stimmt auch die Generatoren oder Treibstofftanks ne das waren vier Stück hat nur einen gefunden hm wahrscheinlich fehlt mir hier irgendwo ein Turnister oder so ein Kram ähm ah ja stimmt ah ja stimmt 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 warte mal warte mal wie hießen die Dinger nochmal Treibstofftanks waren es ok ich habe es jetzt wieder nicht Treibstofftank oder ähm irgendwas anderes so ach guck mal da hätten wir schon mal die Kiste gefunden die war ja nicht schwer worüber ich die übersehen habe ich glaube ich hatte mich ja gar nicht so umgeguckt kann das sein die Schrotflinte endlich mal freigeschaltet ist das nicht schon die dritte jetzt man weiß es nicht da ist einer Nummer 2 die Musik ist ganz geil dumm 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 klingt ein bisschen wie Super Mario oh hier wird wird er oder kommen nochmal Gegner könnte gut sein dass hier auch hier nochmal äh Gegner kommen also ich bin eigentlich der Meinung dass ich hier oben dann eher zurück nochmal hier oben alles also das Meister auf alle Fälle dort gefunden habe ich würde dann doch eher nochmal dass hier nochmal ein kleines nachbeben kommt doch nochmal zurück gehen nimm es mit nimm es mit stimmt da war auch schon eine Kiste blub blub ah ok da war das Loch nein weiter aber auch nett gemacht das sieht ganz geil aus hier unter Wasser mit dem ganzen Geröll ich hab bloß einfach eine Textur hingeklatscht hier hinten unten drunter durch irgendwie hier nochmal in dem Waldgebiet da muss noch irgendwas sein da na Arschkopp achso warte ich hab dich gleich 3 von 4 aus die Maus na wird erst getrunken wenn hier alles fertig ist Lara ok das war immerhin Treibstofftank 3 von 4 ja genau hier im Waldgebiet stimmt da war ja was da fing das irgendwann mal an mit diesen ach ist die scheiße liegen du sollst die Pfeile mitnehmen so kann euch gar nicht sagen warum ich das unbedingt auf 100% haben möchte das Spiel aber na also im Vergleich zum ich hatte es ja schon ein paar mal erwähnt zum ersten Teil des Reboots gefällt mir der zweite Teil um vielfaches besser der erste Teil ich fand die Synchronisation so scheiße die Stimme hat meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst das war alles irgendwie vom Gameplay her mal wieder was Neues so ein bisschen Richtung Uncharted halt aufgezogen aber das hat für mich alles irgendwie nicht so zusammengepasst gehabt ganz merkwürdig auch die ganzen Charaktere das war alles nicht so mein Fall aber hier ja gut vom Spielerischen her auf alle Fälle nicht schlecht steuert sich auch ganz gut geht ganz gut und fluffig von der Hand da ist wieder so ein blaues Ding Jack O'Neill ach ey könnte das sein dass das andere Spieler sind die das Spiel spielen und an den Stellen mal gestorben sind dass das Sachen sind die ich finden kann um dann halt aufzusammeln das wäre ja witzig lass dich na gut ok was fehlt ihr jetzt noch die Herausforderung noch und die Überlebensverstecke hier fing das mit der Herausforderung an könnte ja bloß noch hier drüben einer sein oder die wurden zumindest da auf der Karte markiert das da irgendwas rumsteht das da irgendwas rumsteht irgendwo muss doch noch das Ding rumliegen der mir die Überlebensverstecke anzeigt ich hätte mich ja hier nicht so gut umgeguckt das weiß ich noch da bin ich relativ schnell durch wo soll es denn dahin gehen wenn ich da echt jetzt okay ey Lara halt dich doch an diesem kack Ast fest so wie es vorgesehen ist das ist jetzt nicht dein Ernst Lara wo bin ich denn jetzt hier ah ja alles klar gut Mann jetzt machst du das aber nochmal da hinten gibt es doch bestimmt irgendwas sinnvolles zack so jetzt bitte an dem Ast dort mal festhalten dann dahin schwingen danke achso es war wahrscheinlich andersrum geplant scheiße gut so also hier habe ich den dort schon zerstört ja das war der erste den wir zerstört hatten so und genau die werden auch angezeigt auf der Karte hier so als diese weißen Dinger hier unten das ist der Bagger hier oben hatten wir noch einen zerstört das war Nummer 3 hier irgendwo Nummer 4 ja glaub der war das aber die anderen beiden war doch keiner oder also es fehlt ja einer aber wo soll der hier sein ich meine mehr kommt dann nicht hier drin unwahrscheinlich da steht wahrscheinlich keiner rum das heißt hm gut könnte auch ein anderer Treibstoff Tank sein der jetzt nicht unbedingt auf Rädern unterwegs ist aber es fehlt mir immer noch dieser Turnista irgendwo muss der hier rumliegen halt guck mal da immerhin ein Überlebensversteck gefunden auch ohne das Ding hm 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 Ich meine, gut, es sind nur zwei Überlebensverstecke, aber ich glaube nicht, dass ich die einfach so finde, das war jetzt überhaupt Zufall. Oh, Pilze, jawohl, es ist hier halt bloß von Treibstofftanks die Rede, na gut, müssen ja nicht unbedingt die Fahrzeuge damit gemeint sein, nur kann ja auch ein anderer Treibstofftank sein. Wie kann denn die Sonne von da hinten so durchscheinen, da haut irgendwas mit der Beleuchtung aber gewaltig nicht hin, der ist nämlich auch kaputt, das da ist keiner, ja, die einzigen beiden Fahrzeuge hier, der Motor läuft noch, halt, ich hatte gerade irgendwas vibriert, das deutet immer auch so ein Überlebensversteck hin, ja, jetzt ist doch gerade vibriert, das war hier ungefähr, ja, na gut, na gut, dann nicht, dann schauen wir doch da drinnen in der Anlage nochmal weiter rum, ach so, das vibriert kurz, wenn die in dem dichten Schnee ist, ach so. Aber wenn ich das hier tauchtechnisch nochmal woanders was ist, oder? Ich meine, kann ja sein, dass hier nochmal eine Höhle oder sowas ist? Ne. Ok. Gut. Ne, da war bloß einer von denen als Treibstofftank, äh, ja, verkleidet. Also der vierte, zumindest nicht im Wald, nicht, dass ich wüsste, äh, hier hatte ich ja eigentlich auch ganz gut alles abgeguckt, ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es hier jetzt auch wieder nicht. Ich vermute fast, dass der Turnister hier hinten vielleicht irgendwo rumliegt, dass der da gar nicht, gar nicht hier am Anfang oder in der Mitte irgendwo zu finden ist diesmal. Das ist ja auch mal unterschiedlich, ne? Manchmal direkt irgendwo davor, manchmal dann am Ende. Ne, wir haben ja schon gut, gut alles abgesucht. Oder lag hier oben noch was? Nein. Ist halt aber auch kein Treibstofftank, ne, den ich... Es wird ja nichts angezeigt. Echt jetzt? Haha. Ok, ich gehe kaputt. Haha. Da ist er. Da ist der letzte. Gut, wunderbar, dann steht er da drüben. Äh. Halt. Zurück, Fräulein. Wo sind wir denn hier? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Hm, ok. Schade. Hat gedacht. Na gut. Da ist er doch. Alles klar. Super. Juhu. Wunderbar. Wenigstens die Geheimnisse entdeckt. Sehr schön, hier ist natürlich nichts mehr. Da ist noch eins. Und da oben ist noch eins. Alles klar. Ja gut, dann müssen wir nochmal zu dem Lagerfeuer. Können wir ja gleich machen. Aber gut, dass wir hier sind, denn... Herausforderung abgeschlossen. Können wir hier zu dem Lagerfeuer nochmal zurück und dann hier alles erledigen. Dann hätten wir das wenigstens. Lagerfeuer dürfte gleich kommen, ne? Das war hier drüben irgendwo. Puh. Sehr schön. Okay, also das war jetzt nicht fies versteckt, ne? Mit dem anderen. Genau. Die beiden Überlebensverschläge noch. Und dann hätten wir es für die Gegend. Spielt sich aber immer noch gut runter. Also ist noch erträglich. So, hier hinten war direkt eins, ne? Ich glaube. Hab mir gemerkt, wo es war. Da hinten am Rand irgendwo. Vielleicht kriegt er mich gar nicht mit. Ah, hier stehen ja noch mehr rum. Huah! Was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich denn hier? Oh. Du bist tot. Ach so, ich hab wieder die Falschen drin, Mann. Piu. So, irgendwo hier hinten am Rand. Hier vielleicht? Ne? Ah, okay. Dort. Da hinten am Rand. Und dann ab zum Letzten. Und dann ab zum Letzten. Stimmt, die kann eigentlich einfach da drüber springen. Da muss ich ja nicht jedes Mal da unten drunter durchkriechen. Und rob, rob, rob. Genau. Sehr gut. Gebiet abgeschlossen. Puh. Immerhin. Endlich. So, wunderbar. Dann mache ich für hier, für heute. Diesmal aber. Halt dich fest. Jawohl. Feierabend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in dem anderen Gebiet wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.